Da, fang! Na? Hab ich euch erwischt? Ich denk's mal nicht. So, mal gucken. Da drüben dürfte noch einer leben. Guck mal da, ich hab was. Jetzt ist hier zappenduster. Kommt her, Elfchen. Ui. Na? Ui, die haben aber gut aufgeräumt hier. Oder war ich das? Ui, äh. Ach, du ekelhafter. Na? Uh, geil. Ich hätte vielleicht mal die Munition mitnehmen sollen. Hey, Kumpel, leih mir mal was. Ah, ich seh's schon kommen. Ich geh hier schon wieder im Kugelhagel unter. Na? Ein bisschen Stress. Können wir machen. Und, halt still! So, der ist Hackfleisch. Ah, da lebt noch was. Na, halt still! Ach, meine Güte. Dass hier so viele Leute rumrennen, die Streit suchen. Schlimm. So, mal kurz gucken. Äh, äh. So. Wo ist denn jetzt die Knar abgeblieben? Äh, hallo? Der hatte doch ein Gewehr bei sich. Oh, okay. Gewehr hat sich weggezaubert. Ich hör doch da was. Lebst du noch? Oder stirbst du schon? Ach, Kumpel, dich kann ich leider nicht heilen. Na gut. Knartenschuss. Sorry. Ich weiß, das ist mies, aber, hm. Vor sich her leiten muss ich ihn auch nicht lassen. So, ich bediene mich hier mal. Danke. Ach, die haben sie schon leer gesoffen. Schade. Äh. So, Moment mal. Ganz wichtig. Alles mitnehmen, was ich hier finde. Und mal ganz kurz mein PC durchschütteln, weil schon wieder der blöde Lüfter Radau macht. Wie sau. Ah, das ist ja übel. So, Moment. Dich hab ich ja schon kontrolliert. Jawohl. Äh. Sag mal, du lebst auch noch. Ach, du liebe Zeit. Ja, Jungs, ich kann mich nur wiederholen. Tut mir leid, aber... Ah, okay. So. Und du auch? Toll, nochmal wieder eine grundsolide Basis zum Verkaufen. Wow, 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 wow. Halt still. Deine Taschenlampe brennt auf deinem blöden Helm. Drum seh ich dich so gut. Und dann siehst du nur noch Blut. Yay, ich hab den Blues. Da lebt noch immer einer. Was? Wo? Wie? Was? Moment. Komm, lass uns Freunde sein. Dann halt nicht. Ja, kann ich überhaupt nicht. Ich hätt's nicht versucht. Ups, jetzt bin ich grad auf die blöde Tasse gekommen. Sorry, Leute. Äh. Ne, eine von den Tasten ist mit Plus belegt. Allerdings hab ich da auch Wraps drauf. Da hab ich grad nicht dran gedacht. Ihr habt nur ne Sekunde verpasst. Nichts Schlimmes. Meine Güte. Mema an mich selbst. Bei Gelegenheit mal die Tasten ein bisschen umändern. Zweite Mema an mich selbst. Die geänderten Tasten merken. Mujik, сюда! Äh, ja. Nimm das Medikit. So. Du suchst keinen Streit mit mir. Du bist mir sympathisch. Äh, Junge? Was macht dir hier Angst? Hallo? Hey! Wie wär's mal mit Danke sagen? Одin Nasch готов! Ich hab keine Ahnung, was du sagst. Hey! Wo rennt denn der hin? Ich folge ihm einfach mal. Ich hab jetzt grad echt keine Ahnung, was der da treibt. Lebt da irgendwo noch einer, den er unbedingt tot sehen will? Oder? Hm. Ich hab keinen blassen Dunst. Ziehleine. Aha. Ziehleine. Naja, offensichtlich soll ich ja jetzt hier hin. Also, machen wir mal einen schönen großen Bogen um die Anomalie. Ja. Und nehmt den hier aus. Ganz vergessen. Muss ich ja noch. So. Okay. Schön, schön. Gut. Achso, das war nur ein Baum. Hey, mein Kumpel ist abgehauen. Kumpel! Jetzt haben wir da jetzt eigentlich wegzukommen, oder? Mal schauen, wo hockt er denn? Hey! Ups. Ich hab die Beine abgeknallt. Tch, tch, tch. Musik, du bist verdammt? Dann sprechen wir. Oh je. Da zerfetzt grad ne mutierte Wildsau. Das Geräusch kenn ich. Mal gucken, ob ich den Eber finde. Oh oh, da ist so ein Kreiber. Ja, die Viecher sind mutiert. Wow. Ne, das ist es mir nicht wert. Nee, nee. Aber sag mal, was treibt denn der Idiot da? Junge? Äh. Ja, genau. Äh. Keine Ahnung, was zur Hölle der jetzt hier vorhat. Geht's mal davon aus, er hat was gegen Hunde. Ach, er hat sich wieder reingekriegt. Na gut. Komm mal her, du. Na also, geht doch. Meine Güte. So, mhm, das will ich, das will ich. Äh, ja, danke. Tschüss. Tschüss, Sikowski. Hm, seltsame Zeitgenosse. Dass er durch die halbe Botanik rennt, nur um den Hund abzuknallen. Okay, hm, wenn's ein Baum wäre, das könnte ich verstehen. Na, du blöde Töle. Äh, ich hab schon wieder keine Ausdauer. Hab ich echt so viel Krempel dabei? Ach, kein Wunder, ich bin überladen. Äh, ach, just for fun könnte ich ja mal was mampfen. Na gut, werfen wir mal eins weg. So. Und eins davon. Äh, alle fallen lassen. So. Geht doch. Ach, das ist das Schlimme an dem Spiel. Man findet so viel Zeug, das man mitnehmen möchte, aber man darf nicht. Und ich renn schon wieder fast in eine Anomalie rein. Was ist los? Suchst du Streit oder was? Blödes Vieh. Ach, ja. Blöde Viecher. Warum gibt's eigentlich bei den Zwischenfällen mit Radioaktivität momentan immer blöde Viecher, die dazwischen funken? Davon hab ich's ja von diesem blöden Knut gehabt. Ich meine, ist euch das mal aufgefallen? Fukushima stand in Flammen. Sie haben den ganzen Scheiß in die Landschaft abgelassen. Hä? Sieht so aus, als hätte er eine echt schwere Zeit gehabt und bräuchte Hilfe. Er hatte irgendwelches Viehzeug am ganzen Körper. Sagte, er würd's nicht lange machen. Er könnte etwas über das Drehung wissen. Du musst ihn sofort sehen. Hier sind die Koordinaten. Aha. Was hab ich jetzt gerade gemeint? Ach ja, genau. Fukushima stand in Flammen. Der ganze Scheiß drohte, ins Meer abzufließen, was man dann später auch gemacht hatte. Und wir hatten uns alle wegen diesem blöden Eisbären angepisst, nur weil er, ja, weil seine Zeit gekommen war und er im Becken abgekackt war. Also da fehlte mir Verständnis dafür. Also, wenn ich mir sowas angucke... Pfff. Ne, sorry. Ich meine, was ist wichtiger gewesen? Die paar Milliarden Menschen in Japan, die bedroht waren? Oder so ein blöder Eisbär? Und in den Nachrichten hieß es dann immer nur, ach, Knut ist tot. Ah, man hat ihn unmenschlich behandelt. Äh, ja. Einen Eisbären. Unmenschlich behandelt. Unwürdig, etc. Das war ein Vieh in einem Riesengehege. Klar war der unglücklich. Mhm. Er ist an Kummer gestorben. Oh Gott. Ne.